Kann ich rauchen? Ja, klar. Danke. ...gelaufen ist. Aber wenn Sarah sagt, dass sie vergewaltigt wurde, dann wurde sie vergewaltigt. Könnten Sie einen der Männer beschreiben, wie wir sie hier fielen? Nein, ich war unten. Und da waren so viele Typen, die die Tür versperrt haben, dass ich wirklich nichts sehen konnte. Meine Schicht war zu Ende. Ich bin gegangen, als sie nach oben war. Kennen Sie einen von den Jungs? Nein. Nein, das war eine ganze Truppe von Wüstenraudis, verstehen Sie? Die haben geklatscht, gebrüllt. Ich habe wirklich gedacht, sie würde sich nur amüsieren. Oh mein Gott, es ist Sahara Night. Hi. Du hast endlich gekommen, wir haben endlich dich hier. Du hast endlich mich hier. Du bist nicht eine einfache Frau, die sich anzunehmen. Ich habe das gedacht, dann. Kompakt. Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie Eis denn? Ramses. Ist das nicht ein hübscher Name? Ja, das ist nicht ein hübscher Name. Ich mache das. Wie ist das? Ich komme. Ja, danke. Ich mache das.